So, dann legen wir jetzt mal los und schauen uns die nächste Mission an. Äh, wo ist denn die? Hier. Willkommen im Leuchtturm. Hi. Äh, okay, nicht bei dem. Hallöchen. Äh, hi. Bam, 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 bam. Ich bekomme Berichte über Rotlegion auf Merkur rein. Okay. Überlebende von der Allmacht. Dann machen wir sie alle kalt. Hehe. Wow. Verpiss dich. so daneben ich kann mich gerade so ein mal kurz verstecken und erholen vielleicht wäre gar nicht so blöd oft war es geschafft so ein anderes tor dann bringe ich uns zu knoten baum der wahrscheinlichkeiten ich hasse statistik auch auf der suche nach panoptes sein selbst wenn er eine million kopien von sich selbst macht ich bezweifle er findet ihn rechtzeitig wir brauchen die karte die 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 Das war's für heute. Bitch! Slap! Kababonga! War ich doch gerade erst? Was soll ich denn jetzt eigentlich hier schon wieder? Wohooo! Nein! Nein! Das war's für heute. Man! Und alle... Slap! Woah! Was geht da ab? Puh! Aber hier ist echt viel los muss man sagen. Warum kämpfen wir jetzt die Kabale gegen die Wechsel nochmal? Wenn ich das irgendjemand sagen kann, schreibt es einfach in den Chat oder in die Kommentare. Je nachdem wo ihr gerade zuschaut. Würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen. Ich meine, ich hab die erste Story vom ersten Teil schon nicht so wirklich geblickt, also... Lauf! Das ist eine Kampfschleife. Eine Simulation der jüngsten Vergangenheit, als die Rotlegion Merkur angriff. Die Becks testen wohl alternative Ausdenge. Aha! Was he? No, == Die Eine Getriebe. Ist das nur nicht kleben? So're purple. We swing das. Dann gehen wir mal kurz. Was haben wir hier. Falten Sie gucken. Unser genau. Man sei woletter. Was hat doch eigentlich. Tag. Was muss ich denn hier machen? Vom Himmel geholt. Springe mit dem Sparrow über den Spalt. Oh cool. Naja gut, so spektakulär war es ja jetzt auch nichts. Finde, die Karte sind immer groß. Na dann. Oh nein. Glitch! Woohoo! Die Wechs müssen wissen, dass wir hinter der Karte hierher sind. Sie leiten die Kabale um, damit sie sich zerstören. Wir müssen uns beeilen. Oh nein. Wie können sie nur, die bösen, bösen Wechs. Was? Yehaaa! Aber bestimmt geht es zu Weihnachten wieder Sparrow rennen. Uhuhuu! Nein! Die kredieren ja! Yes, er leuchtet das in Kram. Hoppala. Oh, tschüss. Yeehaa. Yeehaa. Komm mit der Wechselteidigung. Joa, und wer ist das Problem? Direkt vor uns. Das muss die Karte sein. Der Immerforst ist eine Weltuntergangsmaschine. Aber wenn man ihn sich so anschaut, ist er fast wunderschön. Dieser Minotaurus wird für Ärger sorgen. Und, er wird noch schlimmer sein. Ja. Wow. Was sind die jetzt in den Schranken? Stab. Wow. 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 So, ein bisschen aufgeräumt. Na, wo ist denn der Große hin? Na, wo ist denn der Große hin? Alter, ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Alter, ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Oh, shit, wo bin ich denn jetzt dahin? Oh, Gott. Huch, das war knapp. Nein! 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 Ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Nein! Ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Ich bin einfach nicht mehr weggekommen. Leck mich am Arsch. Ich hätte schon gedacht, jetzt verrecke ich schon wieder. So, dann hacken wir mal das gute Stück hier. Ich bin einfach nicht mehr weggekommen. 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 Aber ich kann Palottes nicht finden. Die Karte ist zu groß. Ich kann sie nicht schnell genug durchsuchen. Sie ändert sich ständig. Ich brauche mehr Prozessorstärke. Die Wechselgeister auf Nessos könnten da nützlich sein. Hast du Lust auf einen Jagdausflug? Ausflug. Jihah! Hä? So, da haben wir die Mission beendet.